Ohoho, also Fleisch, das ist noch nicht mal so mega viel, aber das schaut immer verdammt viel aus. Und irgendwie kriegt man da echt Lust auf Schinken, wenn man sich das so anschaut. Ganze Keule einfach mal. Stimmt, Religion könnte ich auch bauen. Mönche sind nicht als erlaubte Truppen dabei, aber... Vielleicht baue ich... Kathedrale baue ich lieber wegen dem Kathedralenbonus und nicht wegen dem Extraglauben, der noch entsteht. Deswegen mache ich die beiden mal weg. Und wenn ich hier vorne was haben will, mache ich eben noch zwei Kapellen hin. So, das heißt, wir können mal schon weniger Geld wegschmeißen. Das funktioniert. Perfekt. Ja, dann mache ich einfach noch ein paar Kapellen hier vorne hin. Hat ja einfach mal Gehirnwäsche betrieben, dass die Leute einfach gar nicht mehr auf die, die kommen, wegen der Nahrung zu meckern. Deswegen kommen jetzt hier noch zwei Kapellen hin, dass es mit der Religion schneller und besser klappt. Dann noch genug Bier aus Schank. Hätte gedacht, dass ich mal so... ...auf Religion angewiesen bin. Aber wenn ich bei der Nahrung keine Wahl habe, was soll ich tun? So, wie schaut's aus mit Religion? Geht's da ein bisschen voran? Na gut, die Leute müssen erstmal noch gesegnet werden. Verstehe. Aber kannst du dich zum Segnen nicht ein bisschen weiter vorne hinstellen? Was hat denn dein Weihwasser überhaupt für eine Reichweite? Ich bitte dich. Wir brauchen jetzt wirklich mal mehr Getreidefarm, merke ich gerade. Muss kommen. Die Hopfenproduktion muss dann auch noch angekurbelt werden. Ach, das wird verdammt nochmal hart. Vor allem auch noch die Gegnersetzung ist auch noch richtig gemein, weil unsere tollen Farmen hier auch wunderbar von den Meuchelmüttern zerhackt werden. Und das schon fast als Prioritätsziel, als wüssten die, dass sie gewinnen, wenn sie die Dinger zerstören. Das ist schon echt hart. So, jetzt stellen wir mal noch fünf da hinten hin. Ein bisschen absichern ist nicht schlecht. Nun gut. Aber das ist es quasi... Es ist jetzt keine Richtlinie, aber das ist das, woran ich das zum Beispiel jetzt festmache. Wann eine Challenge richtig gut ist. Weil so eine Challenge hier soll nicht zu schwer und nicht zu leicht sein. Also das bedeutet, es soll nicht zu leicht sein, dass man da mit La Paloma durchkommt. Gut, bei der letzten Challenge war ich ja dankbar dafür, weil ich sowieso gerade unglaublich unter Stress stand mit vielen anderen Projekten und so. Und irgendwie keinen hohen Adrenalinpegel gebrauchen konnte. Aber so ganz allgemein an sich. Sie sollte nicht so leicht sein, dass man das ohne Probleme lösen kann. Sie sollte aber auch nicht so schwer sein, dass sie unlösbar ist oder dass man es erst nach 10 oder 20, 30 Anläufen schafft oder so. Wenn man am Ende wirklich Arschschwierigkeiten hatte und wirklich sich verdammt durchgeärgert hat und es richtig schwer hatte, es aber trotzdem geschafft hat, dann war die Challenge genau richtig. Und das war bis jetzt ziemlich oft so, muss ich sagen. Obwohl es bei jeder Challenge gleich ist, die schwer ist. Das ist aber allgemeines Strategiespiel. Also das ist allgemein in Strategiespielen so. Wenn man den Anfang gut hinkriegt, läuft der Rest eigentlich gut. Also das größte Problem in Strategiespielen ist immer der Anfang. Wenn der Anfang gut läuft, hier auch bei Stronghold, dann geht der Rest natürlich in Ordnung. Aber zum Glück ist es der Anfang der Probleme bereitet. Stellt euch mal vor, die erste Stunde, also eine ganze Stunde wäre immer etwa gleich und dann kommt die Schwierigkeit. Und dann versagt man etwa fünfmal. Dann sind einfach mal fünf Stunden kaputt. Das wäre dann ein Freizeitfresser. Die Challenge könnte dann auch Blizzard gestellt haben. So, erste Sachen sind da. Jetzt brauchen wir noch eine Waffenkammer. Die haben wir da glaube ich noch gar nicht, oder? Nein. Die machen wir wieder hier. Die machen wir mal so hin. Da haben wir jetzt hier ein bisschen Platz. Dann kommen hier mal ein paar... Leute für Pieken. Wie schaut es mit Religion aus? Nicht schlecht. Nicht schlecht. Das gefällt mir. Ich kann endlich Steuern machen. Das freut mich. Hier ist nichts los gerade. Tors geht zu. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ja, da kommt er. Da kommt er, der Arschgex. Los, schießt ihn ab. Schießt ihn ab. Hallo. Ich habe verloren, wenn das nicht funktioniert. Scheiße. Das klappt nicht. Ja, oh Gott. Verdammt. Das darf doch nicht sein. Wie eure Bogen euch zusammenbricht. Okay. Nächster Versuch. Hey. Ich muss die Dinger verteidigen. Das steht in den Regeln. Das heißt, nochmal von vorne. Das heißt, scheiß auf vorgeschobene Verteidigung oder so. Wir müssen das, wohl oder übel, einmauern. Das geht nicht anders. Und am besten sehr eng. Gra, gra. Ihr seid der viertgrößte Herrscher. Von mir ist auch kleine Mauern. Ich weiß gar nicht. Konnten die Meuschelmütter über kleine Mauern klettern? Ich weiß es gerade gar nicht. So. So und so. Oh Gott. Ich habe ja so vieles noch nicht gemacht. Womit wir reichen ab? Zack, 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 zack. Der Kunstspeicher. Ach, ich belasse das jetzt so. Jetzt kriege ich jetzt zwar den Marktplatz nicht mehr so hin, aber dank den Bäumen ist es mit dem Platz sowieso nicht so, wie ich es gerne hätte. Holz einkaufen. Mationen runter nicht vergessen. So. Nun wieder das altbekannte Spielchen. Nein. Oh. Macht im Endeffekt keinen Unterschied, aber ich hätte es dann doch gerne gerade. Zwei, drei. Das dürfte wieder reichen. Ja, jetzt aufs Holz warten. Am besten wir machen noch ein paar Holzfüller mehr. So, dann. Seltener Lager. Mit der erste Bogen schützen. Am besten machen wir auch mehr als fünf da oben hin. Das Problem ist auch wirklich... Ich muss das ja... Weil, die können ja überall hochklettern. Wie war das nochmal mit Meuchelmörderschutz? Ah, darf ich Buggräben ausheben? Darf ich Buggräben ausheben? Ah, stand das mit dabei? Ich glaube, ich darf. Ich darf, glaube ich. Da steht nichts von Buggräben. Keine Pechgruben? Ja. Ich darf Buggräben bauen. Damit wäre das schon mal sicher. Ja, machen wir es so. Was soll's. Na toll, da hätten wir uns das auch sparen können. Mit diesem Einmauern. Na, egal. Für ein Torhaus reicht es am Ende noch. Und da darf natürlich... Oh Mann, das ist natürlich scheiße. Aber gut, dann kommen die Meuchelmörder wenigstens das Torhaus hoch. Wenn sie da hin wollen. Und lassen den Rest in Ruhe. So. Dann machen wir uns mal langsam wieder auf, wie wir es letztes Mal hatten. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Und mal wieder fröhliche Arbeiterprobleme. So lieben wir das. Schön weiterbuddeln. Ja, an sich war der Wall hier eigentlich umsonst. Das hätten wir nicht machen müssen. Aber gut. Man landt jedes Mal dazu. Aber wie's aussieht, scheint das so eine Challenge zu sein, die ich wahrscheinlich gar nicht in einer Aufnahme schaff. Das heißt, sie wird nächste Woche wahrscheinlich weitergehen. Könnte ich mir fast vorstellen. Ich hab's irgendwie so im Urin, dass das jetzt immer noch nicht klappt wird. Hoppa. Ja, das ist halt nur Platz für ein Torhaus. Wunderbar. Wo stelle ich das denn am besten hin? Ja gut. Ja gut, die beiden Inseln werde ich dann besetzen mit Bogenschützen. Das stelle ich einfach so in die Mitte. Hallöchen! Ich kann hier den Platz erhöhen, indem ich... Nee, ich mach's trotzdem nicht. Damit benachteilige ich mich eigentlich nur selber. Weil dann kommen die Gegner schneller durch diesen Graben durch. Und er soll ja eigentlich meine Verteidigung darstellen. So. Jetzt ist auch wieder genug da. Dann machen wir mal wieder die erste Kathedrale. Einfach nur, weil wir es können. Dann können wir das schon wieder machen. Dann noch eine Kirche dazu. Auch wisst ihr was, weil das so viel Gold kostet, lassen wir das einfach bei diesen beiden Gebäuden und kacken auf zusätzliche Religion. Und machen dann einfach Bier noch extra. Vielleicht später können wir dann noch auf Kapellen gehen. Aber derzeit ist es einfach zu teuer. Aber diese eine Beliebtheit muss einfach noch sein. Jetzt klicken wir nämlich die Steuern auf nichts. Das heißt, wir machen schon mal keine Verluste. Damit lässt sich schon mal leben. So, sobald ihr hier ein bisschen weggefällt habt, würde ich wirklich gerne noch... Könnt ruhig ein bisschen schneller buddeln. Ich möchte jetzt kein Sklaventreiber sein, aber... Es geht hier um Gewinn oder Verlieren. Ihr seid der viertgrößte Herrscher. Das ist schon hart. Wir verlieren, indem uns nur ein einziger mit ein, zwei Truppen angreift. Einfach nur, weil wir nicht aufpassen. Ich glaube, das ist echt so eine typische Challenge, die man nicht beim ersten Mal schafft. Oder es sei denn, man hat einfach unglaubliches Glück. Aber das ist eine Trial-and-Ever-Challenge. Man lernt durch Scheitern. So, Freunde. Ihr geht mal... Hau... Da hoch. So. Jetzt brauche ich natürlich noch Bäckereien. Ja, von mir aus kann das erstmal so sein, dass es jetzt... An sich haben wir jetzt nicht so mega Platzmangel. Wir machen jetzt eh keine Burg. Ich meine... Wir haben eh keine Steine. Und Holzwelle gibt es hier leider nicht. Um das Gebäude zu verwalten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ist eigentlich okay. Oh, ich mach mal zwölf insgesamt. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Gegen das Arbeiterproblem vorgehen. Sobald das hier auch so weit weg gefällt ist, haben wir dann auch... ...dieses Problem wieder besänftigt. Hm, ich glaube, ich mach jetzt hier doch wieder die Kapellen hin. Es ist einfach, bis jetzt unsere Bierproduktion in Fahrt geht. Und ich möchte jetzt langsam mal Steuern erheben. Könnte uns die Religion einfach helfen. Diese Rationen sind kirchlich. Wir wollen mehr. Noch Forderungen stellen, oder was? Freundchen, pass auf. Ach, ihr Kinderlein. Ihr Kinderlein geht. Bitte. Dankeschön. Machen wir es gleich so. In dem Viererblock. Obwohl. Dann ist diese Kirche ja eingeschlossen. Nee, die kann ja eigentlich dahin. Der Priester kann da raus. Er soll sich nicht beschweren. So, dann predigt mal schön. Ich bauche jetzt schnell Geliebtheit. Beeilt euch. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ihr könnt das nicht dort platzieren. Ja, es funktioniert. Ja, es funktioniert. Sie hat all die Getränke mitgebracht. Ja, die würde ich bestimmt gebrauchen können. Wahrscheinlich ist sie überhaupt so erst an dich geraten, oder? Erstmal ordentlich schön gesoffen, die Frau. Ähm, gut. Wir haben bis jetzt fünf meine gefaltige Bogenschützen als Verteidigung. Und natürlich noch fünf Sklaven zum Boggraben aus. Eben. Wir sind unbesiegbar. Wir haben echt nur zehn Truppen, oder? Oh Gott. Naja. Ich weiß schon, warum es nur leichter Computervorteil ist. Ich glaube, auf hohen Computervorteil würden die schon angreifen. Dann hätte ich leichte Probleme. So, erstes Brot wird jetzt zum Glück schon mal gebacken. Wow, meine Leute kriegen es gebacken. Wer hätte es gedacht? Ha, 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 ha. Wortspiel, Wortspiel. So. Ich bin schon fast überlegen. Oh nee, da und da hinten. Das haut schon so hin. Ich weiß nicht, ob ich in dieser Reihe drei Stück hinkriegen könnte. Aber das probiere ich wann anders mal aus. So, jetzt brauche ich auf jeden Fall noch Hopfen. Den machen wir jetzt gleich hier. Dann machen wir die Waffenproduktion da in dem Gebiet. Das sind ja Bäckereien, ich Idiot. Oh Mann. Oh Mann. Grausam. Einfach nur grausam. So. Und Schenken natürlich. Die können ein bisschen weiter weg sein. Das wissen wir ja bereits. Und dann wird sie hoffentlich bald mit der Beliebtheit. Ah, sehr schön. Wir können Steuern erheben, ist das nicht herrlich? Endlich Geldeinkommen. Jetzt außerhalb vom Nahrungsverkaufen. So. Also. Dann machen wir uns vielleicht doch endlich mal ein Pekingiere. Wird irgendwie Zeit. Ich brauche jetzt Pekingiere. Ich brauche meine tägliche Dosis Pekingiere. Sonst werde ich aggressiv. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Nein. Die spawnen bitte nicht. Oh Frau. Was ist das? So. Dann brauchen wir natürlich wieder Arbeiter. Nichts sollte es anders sein. Dann kommt mal her, meine Freunde. Natürlich sind wir das. Wäre da auch mit was anderem gerechnet. So, sobald das erste Bier da ist, hätte ich gerne funktionstüchtige Schenken. Mehr Getreide, das ist gut. Machen wir mal wirklich so, dass im Notfall wirklich noch Platz wäre, das noch besser zu bauen. Äh, ja nö, berittener Bogenschütze. Hallo. Was machst du denn hier? Hast du dich verlaufen? Wir werden überfallen. Suchst du dein Zuhause? Zum Ohr, komm. Okay, besetzen wir mal unser... Hat das einen Grund, dass das Ding zu ist? Ich hoffe, dass es noch von berittenen Bogenschützen. Ich möchte nicht gleich irgendwo einen Meuchelmörder sehen, der sich durch meine Gebäude nagt. Ja, die ersten Lanzen werden schon produziert. Das Problem ist, wir brauchen jetzt auf jeden Fall... Äh, pieken meine ich. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall noch Rüstungen. Wir benötigen Gold. Und Gold. Darf man nicht vergessen. Ich bin steinweise jetzt auch schon paranoid. Ich habe jetzt schon wirklich irgendwo Gegner in der Burg gesehen. So. Hoch mit euch. Ein bisschen Brot weg und erst das Eisen kaufen. Hm. Wolfi baut diese Burg. Okay. Aber je größer die Burg vom Wolf ist, desto später greift er an, weil er die erstmal komplett aufbauen muss. Das müssen wir zu unserem Vorteil nutzen. Wir haben halt mehr Zeit. Er wird dann schwerer zu besiegen sein, aber wir haben mehr Zeit. Und der Vazir ist auch noch nicht ganz mit seinem Aufbau fertig. Das heißt, da müssen wir auch noch nicht mit dem Angriff rechnen. Ich glaube, Danizar könnte der Erste sein, der uns auf den Schlips treten kann. Und den müssen wir halt schnell besiegen, dass wir an Steine rankommen. Da sind sie, die Wichte. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Und ich darf sowas nicht bauen. Super. Spitzenmäßig. Ich brauche Bogenschützen. Wahrscheinlich reicht's doch. Cool. Das sah jetzt echt so aus, als würden die durchkommen. Ich hasse diese Werbung. Also zumindest ist es... Höre ich das öfters hier am Radio. Dieses hat's bei Ihnen schon geklingelt. Ah, mit dieser... Mit diesen Marktforschungsumfragen. Meine Güte, wenn die Leute nicht mitmachen wollen, dann lasst sie doch einfach. Und setzt Ihnen nicht noch penetrante Ohrwürmer in den Kopf. Das ist ja schlimmer als die Zeugen Jehovas. Naja, okay. Hm. Nein, ich will nicht überfallen werden. Hat mich denn niemand... Warum werde ich nicht nach meiner Meinung gefragt, ob ich das überhaupt will? Genau. Der arabische Bogenschützer hat es schon richtig gesagt. Warum? Nein, du bleibst offen. Du bleibst offen. Mehr Bogenschützen drauf. Dann haben wir zehn. Berittene Bogenschützen sind eh scheiße zu treffen. Und jetzt auch noch. Wie gesagt, im Sumpf funktioniert das mit dem Vorausschießen bei den Bogenschützen niemals so perfekt. Weil die einfach auf eine... Weil die einfach... Die Einheiten sind eine andere Geschwindigkeit gewöhnt von den Gegnern. Und dementsprechend schießen sie weiter voraus, als es gut für sie ist. Pekiniere! Hi. Sehr schön. Ihr bleibt mal hier in der Nähe. Mit genug von euch Freunden kann ich dem lieben Herr... Nisa... Jetzt muss ich echt nochmal nachgucken. Einen schönen Einlauf verpassen. Bier haben wir jetzt auch. Sehr schön. Noch mehr Steuern. Minus acht ist sogar möglich jetzt. Das gefällt mir. Das lobe ich mir. So. Dann noch das hier. Gebraut wird eigentlich genug, aber wir machen mal noch eine Brauerei. Ja, bei Zeiten mache ich dann natürlich noch eine Getreidefarm dazu. Und irgendwann kommen auch noch natürlich wieder unsere... ...altbekannten guten Dinge. Hier unten können wir übrigens auch noch Holzweg machen. Machen wir jetzt am besten auch gleich noch. So. Das Volk huldigt euch, Sire. Untertitelung des ZDF für funk, 2017